So meine sehr geehrten Damen und Herren herzlichen Willkommen zum großen Geleitag und wir beginnen mit dem Team Vorarlberg im Norden. Nummer Jürgen, Niedger Nummer 4, Benjamin, Nummer 22, Markus, Nummer 7, Sandro, Nummer 18, Ralf, Nummer 10, Alfred, Nummer 9, Susanne und es bezieht die Gäste, die Nummer 19, Herr Ricci, die Nummer 6, die Birke und mit der Nummer 25, Frank Dinger, der Präsident der steirischen Arbeiterbank. Und jetzt das Special Team aus Linn, mit der Nummer 1, Herr Iritsa, mit der Nummer 2, Herr George, Specialist Kikaki, mit der Nummer 4, mit der Nummer 5, der Max, mit der Nummer 6, Beispiel als Lissi, der CSUerfa Madrid, der Organizator des Kampemaratons, mit der Nummer 8, Und jetzt haben wir alle so mit dem Offizieren, ja präucherem. Und jetzt haben wir die Damen und Herren, die Chessie und Lissie. Vielen Dank. So, für alle, die diese Spielform nicht so genau erinnern, das Ganze wird unified gespielt, das heißt, sie sehen immer zwei Handballerinnen oder Handballer mit auf dem Spielfeld, Tore schießen dürfen sie nicht. So, dann darf ich um Aufstehung bitten. Die Wiener. Die Wiener. Denn aktiv hat die Uhr. Kommt davor. Und los geht's. Und einen riesen Applaus für unsere Specialist. Und den großen Applaus von Jürgen. Und michael mit Anfeuer. Und auf der Glitzer. Und die Wiener. Und die Wiener. In der Kommentare. Und die Begratung. Vielen Dank. 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 ... 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